Es war ein Besuch, der die Herzen der Fans rührte, Florian Silbereisen und Beatrice Egli wurden gemeinsam im Krankenhaus gesehen, als sie Florians Vater besuchten. Obwohl das Paar normalerweise sein Privatleben von der Öffentlichkeit fernhält, machte dieser emotionale Moment schnell die Runde. Doch was auf den ersten Blick wie ein einfacher Familienbesuch erschien, verbarg eine tiefere Geschichte, die die Beziehung zwischen Florian, Beatrice und Florians Familie auf eine harte Probe stellte. Der Tag begann ruhig. Beatrice und Florian hatten beschlossen, nach der gemeinsamen Arbeit an einem Fernsehauftritt eine Pause einzulegen, um sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. Doch plötzlich kam die Nachricht, die alles veränderte, Florians Vater, der seit längerer Zeit gesundheitliche Probleme hatte, war ins Krankenhaus eingeliefert worden. Der Schock war groß. Obwohl Florian immer wieder in Interviews betont hatte, dass die Familie das Wichtigste für ihn sei, traf ihn die Nachricht hart. Ohne zu zögern, machten sich Florian und Beatrice auf den Weg ins Krankenhaus. Es war keine Frage, sagte Beatrice später in einem Interview, Florian brauchte Unterstützung und ich wollte für ihn da sein. Die beiden wurden vor dem Krankenhaus von neugierigen Augen entdeckt und die Medien begannen sofort zu spekulieren, was dieser gemeinsame Auftritt bedeutete. Im Krankenhaus angekommen, trafen sie auf Florians Familie, die bereits am Bett des Vaters wartete. Die Stimmung war angespannt und obwohl Beatrice bereits viele Male mit Florians Familie zusammengetroffen war, spürte sie, dass dieser Moment anders war. Es war eine sehr emotionale Situation, berichtete eine Krankenschwester, die den Moment miterlebte. Florian war sichtlich besorgt und Beatrice stand ihm bei, hielt seine Hand und sprach beruhigend auf ihn ein. Florians Vater war geschwächt, aber er lächelte, als er seinen Sohn und Beatrice sah. Du hast sie mitgebracht, flüsterte er schwach, doch man konnte die Freude in seinen Augen sehen. Es war kein Geheimnis, dass Florians Vater Beatrice sehr schätzte und sie als Teil der Familie akzeptierte. Doch hinter diesem glücklichen Moment verbarg sich eine Unsicherheit, die in den kommenden Stunden ans Licht kommen sollte. Während des Besuchs sprach Florians Vater offen über seine Sorgen. Ich mache mir Gedanken darüber, was passiert, wenn ich nicht mehr da bin, sagte er leise. Ich will, dass du glücklich bist, Florian. Und ich will, dass Beatrice gut zu dir ist. Es war eine Bemerkung, die Florian und Beatrice zunächst überraschte. Doch schnell wurde klar, dass Florians Vater seine eigene Unsicherheit bezüglich der Zukunft seines Sohnes ausdrückte. Die nächsten Minuten waren von einer tiefen Stille geprägt, bis Florian das Wort ergriff. Papa, mach dir keine Sorgen, sagte er sanft. Beatrice ist das Beste, was mir je passiert ist. Sie ist immer für mich da, und ich weiß, dass wir jede Herausforderung gemeinsam meistern werden. Beatrice, die sich bisher zurückgehalten hatte, trat nun näher ans Bett von Florians Vater. Sie können sich auf mich verlassen, sagte sie entschlossen. Ich werde Florian nicht im Stich lassen, und ich werde immer an seiner Seite sein, egal was passiert. Ihre Worte waren ehrlich und tief empfunden, und man konnte sehen, wie sie die Spannung im Raum lösten. Doch genau in diesem Moment, als alle dachten, die Situation hätte sich beruhigt, geschah etwas Unerwartetes. Florians Vater, der bisher ruhig und dankbar gewirkt hatte, begann zu weinen. Ich habe mich immer gefragt, ob ich alles richtig gemacht habe, sagte er plötzlich. Ich wollte, dass Florian glücklich ist, aber ich habe oft das Gefühl, dass ich ihm mehr hätte geben sollen. Es war ein schmerzhafter Moment für Florian. Papa, du hast mir alles gegeben, was ich brauche, sagte er mit zitternder Stimme. Du hast mich immer unterstützt, und ich bin dir dafür unendlich dankbar. Es ist an der Zeit, dass du dich ausruhst und dir keine Sorgen mehr machst. Beatrice, die diese emotionale Szene mit eigenen Tränen in den Augen verfolgte, legte ihre Hand auf Florians Schulter und sagte leise, dein Vater weiß, wie viel du ihm bedeutest. Und er ist stolz auf dich, Florian. Die nächsten Stunden verbrachten Florian und Beatrice gemeinsam mit der Familie am Bett des Vaters. Es wurden Erinnerungen ausgetauscht, gelacht und geweint. Obwohl die Sorge und Florians Vater allgegenwärtig war, war auch spürbar, wie stark die Bindung zwischen Florian und Beatrice in dieser schwierigen Zeit war. Als sie das Krankenhaus später am Abend verließen, war es klar, dass dieser Tag eine tiefgreifende Bedeutung für ihre Beziehung hatte. Es war nicht leicht, aber ich bin dankbar, dass Beatrice an meiner Seite war, sagte Florian später in einem kurzen Startenment. Sie hat mir Kraft gegeben, und das werde ich nie vergessen. Die Fans, die von dem Besuch erfahren hatten, waren gerührt von der tiefen Verbindung zwischen Florian und Beatrice. Das zeigt, dass sie wirklich füreinander da sind, schrieb ein Firma auf Soyal Media. Es geht nicht nur um das Rampenlicht, sondern und echte Liebe und Unterstützung. Am Ende dieses emotionalen Tages bleibt die Erkenntnis, dass Liebe und Familie auch in den schwersten Momenten einen Weg finden, einander zu stärken. Florian Silbereisen und Beatrice Egli haben bewiesen, dass ihre Beziehung nicht nur auf der Bühne, sondern auch im realen Leben Bestand hat und dass sie bereit sind, jede Herausforderung gemeinsam zu meistern, egal wie schwer sie sein mag.